Willkommen Freunde, zurück bei Assassin's Creed. Wir sind in unserer alten Heimat. So, hier haben wir ein paar Sachen. Können wir noch Börlick spielen? Ich würde sagen, wir reisen dorthin. Und dann, ja, werden wir mal schauen. So, als erstes gehen wir da hin. Hier ist kein Heu. Hier ist kein Heu. Hier ist kein Heu. Da ist Wasser. So weit kann der aber nicht springen. So. Gut, das ist ja auch direkt da. Da brauchen wir unseren Wolf ja auch nicht rufen. Hätte er das geschafft? Ne, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube nicht. Na gut. So. Der erscheint hier vor allem im Haus. Oh, ein Esel. Was ist hinter uns? Na. Was? Wenige Zettel. Nachricht eines genervten Nachbarn. Ich kann ob der Graberei unter uns nicht schlafen. Wie Racken, die an meiner Ruhe nagen. Was glauben die, was sie da unten finden? Wenn das noch länger so geht, bekommen sie das scharfe Ende meiner Axt zu spüren. Da ist... Okay, ist die Grabe. Du sollst hier durchgehen. Da scheiße zu sein. Uhuhu. Ja, Jot gedrückt halten. So, ihr grabt also. Moment. Ha. Ah. Befunden. Du solltest nur nach hinten... Du soll... Dankeschön. Äh, ja. Ach, das war gar keine Tür, sondern... Ähm. Ey, wo ist wer? Ah, da ist er ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ein Bubble. Voila. So. Das war das. Dann... Ja, hier, hier können wir Ehrlich spielen. Gut. Dann werden wir das als nächstes tun. Aber wenn wir das schon gemacht, hätten wir hier einen Haken dran. Oh, hier steht er. Ah, kein Bedarf gerade. Ist da noch gerade irgendwas? Nö. Da ist da noch was. Direkt daneben. Und da auch. Ah, erst mal spielen. Da scheint hier oben zu sein. Weg mit dem Schwert und her mit den Würfeln. Ah, Örlöck. Örlöck. Ja, Örlöck. Spielen wir eine Runde. Aber sicher doch. Möge der bessere gewinnen. Die ihre Würfel schweben in der Luft. Wirf eine beliebige Anzahl deiner oder der gegnerischen Würfel erneut. Nee. Pfff. 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 Das war wohl nichts. Würfel. So. Und. Okay. Schwupp. Noch keinen Schaden. Keiner. Sehr schön. Sie macht gar nichts. Okay. Worauf wartet die? Jetzt müssen ja alle raus. Sie macht unsere Helme. Aber die roten bleiben. Sehr gut. Okay. Autsch. 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 Ah. Warte. Moment mal. Ich muss mein Handy zeigen was komisches an. Ja. Ist grad. Nicht wichtig. Kann ich auch später gucken. Den, den, den und den. gehen. Interessant. Sie heilt sich. Uh. Das wird jetzt böse. Weil zwei kommen durch. Ah. Okay. Sieht gut aus. So. So. Die. 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 Ah. Können wir in den 12er und siehe. Ah. Ich versuchs. Es müsste. Müsste gehen. soll den rest machen jetzt unsere rune bei gut gespielt heute sollte eigentlich mein glückstag sein sollen wir noch mal mir reicht es für das erste wir haben irgendwas bekommen wahrscheinlich das war uns dann auch mal so hat man wisst da ist was das wollen wir uns erst mal das hier vor uns das holen dass man mit m nicht wieder zurück kann nicht ein bisschen schade aber egal sind so kleinigkeiten wo wollte ich jetzt sind da ja ja sag ich ja ist okay das heißt wir werden wahrscheinlich von da hier rüber kommt so eine neue tätowierung vermute ich mal ich meine die lauf weiter oha komm ey wo jetzt aber schnell Los. Wir kriegen dich noch. Wir kriegen dich noch. Ha. Im Sprung gefangen ist. Zettelentwurf. Sehr schön. Gut. Da sind wir. Dann gehen wir jetzt dahin. Au. Ne. So viel Plunder dürfte ich nicht haben. Ich meine ich hätte jetzt erst letztens verkauft. Alles gut. Ah. Wir haben zwei Punkte. So. Hier wollte ich irgendwas machen. Genau da wollte ich hin. Genau die Pontarrolle. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh da oben haben wir wieder Gesundheit. Sehr schön. Äh. Da wollte ich hin. Da steht der Typ schon wieder. Und das ist aber Odin. Ein Odin-Emblem. Okay. Okay. Das ist dahin. Okay. 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 Auf dem Haus. Dann schauen wir mal. Ja da hättest du jetzt springen können. Nein, nicht ins Wasser. Was sind das hier für Fische? Die sind zu rot. Warte mal. Sie ernten so viel leckerer Fisch. Okay das hat jetzt nicht so geklappt. Aber mal gucken ob einer anbeißt. Sind das... Was sind das für große Fische? Nee nicht du. Geh weg du Kleiner. Na komm her. Ja. Komm. Aber das genau dort an den ich nicht wollte. Ja. Was war denn das? Ja. Na? Weiß noch einer an? Oder machen wir weiter? Na los du bist doch... Komm jetzt beiß an. Hey. Aber das ist wieder nur so... Ich wollte einen von diesen großen. Oh der... Na kommst du her. Los du. Ein Versuch noch. Rotbarsch. Mal schauen ob wir einen von den großen noch erwischen. Oder... Oder... Ob wir... Aber das... Egal was wir jetzt fangen. Das ist der letzte. Dann machen wir... Boah schau... Was ist denn das für... Oh. Das ist ein großer. Das kriege ich nicht. Ist zu stark. Komm her. Jetzt. Ich glaube jetzt. Ich glaube jetzt haben wir einen. Schaut euch den mal an. Ein großer Rotbarsch. Cool. Okay. Wo sind wir denn? Da. Und das hier könnte auch noch ein Schatz sein. Warte mal. Eins. Und es fehlen noch drei. Ja toll. Das könnte aber auch beides welche sein. Und die kleinen hier sowieso nicht. Dann gehen wir da kurz gucken. Boah. Das war ein... Ganz schön großer Brocken. Den wir uns da geangelt haben. Okay. Okay. Ach. Hier ist unser... Es ist der Eselbitter. Der läuft auch hin oder so. Hey. Das ist doch nicht nötig. Ach. Halt den Schlaffer. Okay. Wo ist es? Da oben drin. Diesen Wachen entgeht nichts. Wollen wir wetten? Und selbst wenn. Das ist hier Gebiet empfohlen in Stufe Level 1. Was wollen die denn schon ein Bus machen? Da drin. Komm ich da rüber? Ja. Ich spring einfach, ne? Bumm. Oh. Bumm. 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 Halt den Schlaffer. Oh. Es ist ja der Juni. Perfekt. So. Ich würde sagen, wir gehen hier. Ich glaube aber nicht. Aber da ich mich sicher bin, gehen wir da beim Gucken. Hallo euch, die Hellsten hier. Ja. Hoi. Hoi. Blut! Ich weide deine Leiche aus! So. Wo wollte ich hin? Eigentlich schon markiert. Ja, da. Das ist in ein... Hä? Diese Richtung. Okay. Aber ist doch nicht das, was ich... Oder? Doch. Zeich zwei, warte mal. So. Ja. Ich glaube nicht. Dafür ist der Punkt einfach zu klein. Aber wir gehen beim Gucken. Nicht, dass hinterher... Vielleicht dann hinterher nicht... Moment. Nicht, dass hinterher nochmal hin muss. Äh. Äh. Der Punkt ist eigentlich der kleines. Da ist wohl nichts. Ach, das ist ein 2. Der klauen gut. Ja. Okay, da unten. Mal gucken, wie wir da hin kommen. Ah, hier wird's. Und? Ach, du sollst das hier nehmen. No. Ja. Na. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir's auch mitnehmen. So. Und gehen wir jetzt... dahin. Was ist denn? Was ist denn? Aha. Super. Da wo ist er? Ich hör was. Da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Schauen wir doch mal, was wir da hinten haben. Ja. Dann haben wir erstmal Wölfe. Oh. Wie kann ich Ehre an mich finden? Anstatt mich nur im Kreis zu winden. Wo nur ist Ehre zu finden? Anstatt mich nur im Kreis? Hi. Unbemerkt kamst du von hinten. Äh. Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen. Hier suchst du nach Ehre? Ein ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode. Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Aber du bist hier. Also willst du einen großen Sieg von mir? Oder einen großen Tod? Nein. Ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja. Das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwiegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde. Höre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Da hinten ist Thomas. Oh, ein Eisbär. Haier. Hallo. 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 Oww! Ja komm, Bär, komm. So, erlange deine Ehre. Von nahem wirken sie viel größer. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Erlend, die Ehre ruft. Bleib zusammen, klar? Nicht der größte Tod, aber er selbst war auch nicht der größte. Oh, er hat irgendwie aus dem Spiel gekommen. Okay, aber ich glaube jetzt... Toll, er ist tot. Sorry. Wieso finde ich das eigentlich... Da hin... Okay, da ist aber dann auch kein... Ich schätze die beiden... Das ist hier. Sag die Zeit. Ja komm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Obwohl wir... Ich muss ja eh noch einmal nach da hinten. Ah, es fehlen noch zwei Rätsel. Eins ist da. Und eins ist da. Schaffe ich eh heute nicht alles. Naja. Naja. Egal. Das klang jetzt nach einem Fuchs. Naja. 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 Hier solltest du ja hochklettern können. Ja gut. Ja. Auch der hat den. Boom. Ah. Da sitzt ein Assassin. Ja gut. Dann können wir uns den jetzt auch noch holen. Moment. Der befindet sich hier. Da. Naja. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Das ist das. Oh. Das ist das. Ja, 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 ja. Okay, moment! Das war's. so oh 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 Hoppala Okay Dann haben wir ja alles Dann gehen wir beim nächsten Mal dahin Wo ich nur aus dem Dorf hier rauskomme Oh 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 Wir verschwinden einfach mal Hoch Schlagen wir zu Okay, weg hier Da hinten ist das Ja, hier kann ich eigentlich durchschwimmen, ist ja wieder kalt Na gut So, Freunde, das sollte auch für heute gewesen sein Wir machen am nächsten Mal hier weiter Holen uns noch die letzten Sachen Und dann schauen wir mal Ich hoffe, ihr seid mit dabei, ich sage jetzt mal bis dann Und ciao